Es gibt neue Geschichten mit Doc McStuffins. Kaum ist ein Patient geheilt, steht auch schon der nächste vor der Tür. Na, wie geht's euch? Glücksschweinchen Ferris. Wie viele intergalaktische Missionen hast du schon erfüllt? Meine einzige Mission ist tanzen. Liv, die kleine Roboterhündin. Sie ist einfach wundervoll. Oder Tänzerin Fiona. Mit viel Spaß wird jeder gesund. Doc McStuffins, die neuen Geschichten. Ab Montag 18 Uhr auf Disney Junior. Untertitelung des ZDF für funk, 2017